Das Recht auf Religionsfreiheit hat klare Grenzen. Die Regeln, die für das Zusammenleben in einer Gesellschaft gelten, legt der säkulare Rechtsstaat fest und nicht eine Glaubensgemeinschaft. Andernfalls müsste auch die Steinigung wieder eingeführt werden, wenn Gläubige dies unter Berufung auf ihr Recht auf freie Religionsausübung fordern. Wo jedoch die Grenzen der Religionsfreiheit liegen, dies zu bestimmen ist Aufgabe eines sensibel und mit Sachkompetenz vorzunehmenden Abwägungsprozesses. Genau hier hat das Kölner Landgericht mit seinem Urteil zur Strafbarkeit von Beschneidungen nicht einwilligungsfähiger Jungen versagt. Die Entfernung der männlichen Vorhaut ist ein medizinisch weitgehend harmloser Eingriff. Etwa jeder dritte Mann weltweit ist nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation beschnitten. Die Motive dafür sind vielfach hygienischer und medizinischer Natur. Bei der Beschneidung von Körperverletzung oder gar Verstümmelung aus religiösen Gründen zu sprechen, hat mit nüchterner Faktenbetrachtung wenig zu tun. Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass die Beschneidung für die betroffenen Religionsgruppen der Juden und Muslime kein nebensächlicher Akt ist, auf den genauso gut auch verzichtet werden könnte. Im Judentum ist die Beschneidung von Männern konstitutiv und Zeichen des Bundesgottes mit seinem Volk. Der Islam schreibt die Beschneidung im Koran zwar nicht zwingend vor, aber auch hier ist sie seit Jahrhunderten fester Bestandteil der muslimischen Ritualkultur. Die Freiheit, sich zu einem späteren Zeitpunkt gegen die von den Eltern verfügte Religionsgehörigkeit zu entscheiden, besteht für den religionsmündigen Jugendlichen mit 14 Jahren ohnehin. Niemand hindert ihn aufgrund seiner Beschneidung daran, Christ zu werden oder Atheist. Die Beschneidung in Deutschland zu verbieten, heißt letztlich nichts anderes, als gläubige jüdische Elternpaare des Landes zu verweisen. Ihnen bliebe dann allenfalls, acht Tage nach der Geburt ihres Kindes ins Ausland zu reisen und dort die Beschneidung vornehmen zu lassen, wie es die hebräische Bibel ihnen gebietet. Nach dem Kölner Richterspruch ist mithin der Gesetzgeber gefordert. Er muss sicherstellen, dass, selbstverständlich nach Feststellung der Verhältnismäßigkeit, zwingende Vorschriften einer Religionsgemeinschaft von deren Gläubigen auch erfüllt werden können.